Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 9.9.2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1078 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Homey, Google Pay, Logidoc, Polestar, Fossil, DJI OM5, Acara, AirTags und Fiber Fritzbox. Ja, ich habe wieder einiges an Themen. Vieles davon waren Updates, Neuvorstellungen und somit auch vielleicht doch wieder eher kurz. Aber wir sehen, was wir draus machen. Was haben wir Neues gesehen? Eigentlich gestern schon, noch vor der gestrigen Daily, die ich aufgezeichnet habe, wurde es vorgestellt. Ich habe es auch live in YouTube, die Keynote dazu gesehen. Aber für die Daily muss ich das noch ein bisschen sortieren in meinem Kopf. Der Atom Homey hat einen kleinen Bruder bekommen. Atom und besser gesagt, der Homey davon ist eine Smart Home Zentrale. Link zu einem Testbericht, den ich geschrieben habe, einen ausführlichen Test, findet ihr in den Shownotes auf daily.tiktok.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Und der bekommt, wie gesagt, einen kleinen und vor allem einen günstigen Bruder. Denn für viele, die sich das genauer anschauen wollen, waren die 399 Währungseinheiten einfach zu teuer. Jetzt bringt man das Ganze als Cloud-Service für ab 2,99 im Monat. Und zusätzlich, wer möchte, noch mit einer kleinen Homebridge. Diese Homebridge kostet 69 Währungseinheiten. Und dann ist man schon viel günstiger mit dabei als eben mit dem Pro. Hat dann gewisse Einschränkungen und lebt aus der Cloud, aber kann vielleicht auch interessant sein. Das muss ich mir, wenn es möglich ist, offline mit so einem Gerätetest mal ein bisschen genauer anschauen. Seit dem letzten November kann man in Österreich auch Google Pay nutzen. Wir haben berichtet, N26, Revolut Curve und andere solche Dienstleister haben das möglich gemacht. Was es aber nicht gab, war die offizielle Google Pay App in Österreich. Worüber man noch zusätzlich neben den Karten auch irgendwelche komischen Datensammel, Entschuldigung, Kundenkarten einpflegen kann, Treuepunkte etc. Und solche Geschichten, das hat jetzt Google behoben und hat die App nachgeliefert. Das heisst ab sofort offiziell Google Pay für Österreich. Wer es mag, darf sich darauf freuen. Logitech hat was Neues angekündigt. Und zwar keine Tastatur, kein Speaker, kein, was macht Logitech noch, Webcam. Nein, es ist mal ein Dock, eine Dockingstation genauer gesagt. Und deshalb geht auch der Preis hier schnell ein bisschen höher, als eben wenn eine neue Maus oder Tastatur oder was auch immer vorgestellt wird. Für 488 Währungseinheiten bekommt ihr ein Dock, das ein bisschen leuchtet, ein Speaker mit integriert hat, einfachere Möglichkeit hat, zum Konferenzen abzuhalten, Videokonferenzen etc. Also Homeoffice fähig. Und ihr könnt bis zu 5 USB-Geräte anschliessen, 2 Monitore und ein Gerät, was Strom sauft. Also Ultrabook, Notebook, Macbook, was auch immer. Bis 100 Watt an Strom wird da rausgeliefert. Klingt toll. Da gibt es einiges schon auf dem Markt, aber auch viel Quatsch. Ich bin mal gespannt, ob Logitech uns da was zur Verfügung stellen wird, dass wir uns das ein bisschen genauer anschauen können. Dann hat Polestar, während der IAA, A-A-I, I-I-A-A, genau war es, der internationalen Auto, irgendwas, der Münchner Autosalon, quasi den deutschen Pendant zum grossen Genfer Automobilsalon. Da hat Polestar, der, ist es ein schwedisches Start-up? Genau, es ist ein schwedisches Start-up, hat ein neues Gerät vorgestellt. Und dieses Mal ist es kein Auto, sondern ein Fahrrad. Ein besonders hässliches, ein besonders auffälliges, ein besonders wahrscheinlich bequemes Fahrrad, denn der Sessel ist richtig gross. Das gilt auch für die Räder und ja, das, was zwischendrin ist. Wie gesagt, optisch Geschmackssache ist gedacht dazu, um Orte zu erreichen, die man mit dem Auto nicht erreichen kann. Innerstadt zum Beispiel oder eben halt vielleicht auch mal das angrenzende Umland. Einfach mit dem Auto hinfahren, Fahrrad abladen und weiterfahren. So ist das Ganze angedacht. Es lässt sich, und das Ganze ist ein Prototyp, direkt am Auto aufladen während der Fahrt oder des Parkierens. Das kann man machen, wenn man möchte. Und oder eben es einfach hinten drauf transportieren. Klingt witzig, klingt interessant. Ich bin gespannt, wie sich das dann auf die Reichweite des Autos auswirkt, wenn zum einen Strom für den Akku gefressen wird und oder aber natürlich auch zusätzliches Gewicht dazu kommt. Aber auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, den, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis jetzt noch kein anderer so verfolgt hat. Fossil hat eine neue Uhr vorgestellt. Und diesmal geht es nicht um die Smartwatches, wie wir immer darüber sprechen, oder eben doch. Es geht um eine Hybrid-Smartwatch im Retro-Look. Man bekommt also eine normale Uhr mit normalem Zifferblatt, mit normalen Zeigern und so kleinen Aussparungen, wo normalerweise so andere Weltzeit-Uhr, Mondkalender und soches Dings-Zeugs drin ist, was für Uhrenliebhaber genial ist. Aber der Teil ist nachher Smart. Da gibt es dann kleine Anzeigen für eben, was man halt so eine Smartwatch alles kann. Schritte zählen und alles drum und dran. Musiksteuerung und so weiter. Dinge, die wir schon mal gesehen haben. Also ist auf jeden Fall nichts Neues. Unter anderem aus dem Hause. Ach, was war das? Das war auch irgendwo ein Däne. Ich habe die noch. Wie heisst die? Ich kann es nicht mehr aussprechen. Aber vielleicht werde ich es in den Shownotes nachreichen, wenn der Name mir wieder einfällt. Gehen wir doch über zum nächsten. Und das ist das DJI Osmo OM5. Ja, ihr habt richtig gehört. Es ist ein Jahr rum. Und ein weiteres Gerät ist auf dem Markt. Von was spreche ich? Von einem Gimbal. Und dieses Mal ist es wieder von DJI logischerweise das fünfte in der Generation. Es ist kleiner geworden. Es hat einen integrierten Selfie-Stick und somit natürlich auch ein bisschen weniger Akku. Was hätte man sonst gedacht? Und der weniger Akku ist soweit weniger, dass wir nicht mehr 15 Stunden, sondern nur noch 6 Stunden haben. Dafür viel neue Funktionen oder einige neue Funktionen und Möglichkeiten, die aber sehr wahrscheinlich auch per Update für die älteren Geräte kommen wird. Ich finde es interessant. Es ist spannender. Es ist leichter. Es ist kleiner. Ich werde es mir vielleicht doch wieder anschauen. Wie in jedem Jahr. Denn ihr, liebe Hörerinnen, aber auch die Zuschauer auf dem YouTube-Kanal und die LeserInnen im Blog lesen das ganz gerne. Und deshalb schaue ich mir das gerne für euch an, weil ihr stellt mir sowieso wieder ganz viele Fragen dazu. Und da möchte ich natürlich auch Antworten liefern können. Matter, ja, kommt erst im nächsten Jahr. Der neue Smart Home Standard. Das haben wir schon mal berichtet. Jetzt hat aber ein nächster Hersteller angekündigt, seine Geräte nachträglich kompatibel machen zu können. Und das ist besonders interessant, weil im sehr günstigen Bereich angesiedelt die ganzen Acara-Hubs, und zwar der eine oder zweier und der älteste, sind rückwärts kompatibel, können also mit dem Firmware-Update im nächsten Jahr dann kompatibel gemacht werden. Schön und vorbildlich, vor allem wenn man bedenkt, dass es da viel teurere Technik auf dem Markt gibt, die das nicht fertig bringt. Shame on you an all die da draussen. Auch ein Firmware-Update gibt es für die Apple AirTags. Es ist nicht das Erste, nicht das Zweite. Es ist das Dritte in den letzten vier Wochen, glaube ich. Wer also ein Firmware, genau, wer ein AirTags sein Eigen nennt, sollte mal in die Voice-App da unter Objekte in den Einstellungen nach Firmware prüfen und dann diese auch installieren. Und zu guter Letzt kommt das letzte Update für heute. Es ist für eine Fiber-Fritz-Box, die neue 5530, da hinten links steht sie, noch nicht angeschlossen, aber sie steht da und schon hat sie ein Update. Es verbessert unter anderem die Verbindung und Leistung in Zusammenhang mit G-Pon und die SFP-Module. Also Updates einspielen, egal welche der vorher und jetzt gerade genannten Endgeräte ihr so euer Eigen nennt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag und genau das, was ich meinte, war die Skagenhagen Connect Smartwatch. Ich werde ein Video, das ich damals dazu gemacht habe, euch in den Shownotes noch reinlegen. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen und ja, ansonsten ist es halt da. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.